herzukommen auf den kanal stung gaming und heute spielen wir wieder wie ihr sind kann eine runde die senders und wir rasen doch jetzt hier mal runter zum thema runterfahren so ich habe es hingekriegt ich hätte sogar noch einen zweiten gemacht können aber hatte ich gerade keinen bock zu ja ein bisschen falsch tatsächlich nur gut so jetzt nein also ich müssten eigentlich zwei funktionieren man so jetzt aber es funktioniert hat sich nur einer okay dann mache ich auch nur ein er ruht zum thema ein so so bitte bleibt danke den könnten wir jetzt vergessen ja 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 nicht mit nichts gut dann halt nicht jedes mal bleibe ich da an diesem ding stehen das nervt so jetzt backflip ja schön schön für den backflip oha gar nicht mal so schlecht ja ich habe es jetzt gerade das allererste mal geschafft rüber zu kommen okay ich mache mir glaube ich gleich ein paar punkte hier hin mann warum bleibt er noch nicht gerade der fliegt immer nach rechts Leute das regt mich gerade ein bisschen ja 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 so baby let's go so kurzen wegpunkt kann man nicht setzen scheiße okay ja ja so hätte ich es auch gemacht tatsächlich kommen wir machen jetzt haben wir neu und jetzt machen wir ein pro zum thema pro ich fahr einfach irgendwo ins gebirge so jetzt aber ja ich bleibe jetzt hier so fahren wir weiter man kann keine wegpunkte setzen mehr gerade das ist ein bisschen schlecht weil ich hier wahrscheinlich öfters verkacken werde so wo muss ich hier hin da geht hier nicht verkacken ich bin leider das erste mal so weit wo muss ich hin fahr hoch ich fahre hoch bin falsch oder ah ne ich bin richtig bin auf der richtigen fährte tatsächlich jo was zur hölle ist das okay so ja das war zu viel wer ist hier eigentlich drin ich kenne die net ja 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 okay 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 ich glaube wir probieren mal eine andere strecke aus wir probieren mal eine andere strecke aus wir sehen uns gut das ist tatsächlich falsch hier müssen wir lang hier lang warte wo hier drauf ach man muss da so springen oder was jetzt ja ich glaube ich sollte das nicht so tun äh falsche kamera falsche kamera jetzt äh ja ich fahr einfach mal außen rum äh äh falsche richtung falsche richtung und man erkennt das gar nicht wohin man soll boah dass der noch geklappt hat ne ja checkpoint oha boah ich liebe so welche äh bahnen allerdings was war das wow okay ich glaube wir machen das doch lieber so ja ja so genau ja geschafft 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 äh wow 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 nicht geschafft ja bremst doch da bremst der nett so bremst hier rüber ja so und hier rüber jetzt ja so speed ja so ungefähr war das war auf jeden fall geil ich glaube ergo perspektive ist tatsächlich auf dieser Dings hier besser und da sollte ich bremsen brems oder fahr ja so 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 hier rüber und vollgas so so oha gut da muss ich jetzt wirklich in die A go äh vielleicht sollte man mit ein bisschen mehr speed drauf fahren scheiße ja nein ich war doch so weit ey ist aber eine geile mit muss ich sagen ja da muss ich wirklich langsamer sein okay so ja langsam rollen lassen rollen lassen rollen lassen rollen lassen rollen lassen rollen 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 einfach nur rollen Gas geben rüber rüber bremsen oh ich hab verkackt ey nö mach das jetzt nicht nochmal fett nicht mal hier ich hab tatsächlich das geschafft Leute oder wo 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 oha das war ein geiler trick machen wir doch mal neue jetzt hier mit ein bisschen langsam kalt schafft man das pf pf ich hänge auf halb sieben ach komm darf nicht lenken ich muss einfach so jetzt hier kann ich noch schnell fahren jetzt nicht mehr ja nein so bremsen bremsen rüber Gas geben ja 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 rüber jetzt einlenken fahren 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 und ich hab's geschafft so so ich sag nix uha hast du einfach geschafft so so jungen dieser baum ne ich hab's tatsächlich geschafft also darf ich das jetzt so so machen wir hier mal kurz in die andere Perspektive so ja hab ich auch geschafft ja ok ich kann wieder zurückfahren ich mach diese line jetzt hier nicht nochmal weil ich hab die tatsächlich schon gemacht wir müssen tatsächlich einfach nur hier rüber und kein wie die machen so ja geschafft so nicht geschafft wenn das wenigstens einfach wäre aber jedes mal neu zu machen habe ich keinen Bock zu das hat auch nicht so boah ha das ist der richtige Weg jo so bam easy win äh wo gehen wir lang hier wo gehen wir lang hier ja boah boah das war jetzt wirklich geil äh noch geradeaus ja wohin ah hier hin geil ganz und gar nicht geil nein nein so nehmen wir einfach jetzt mal hier die weil da kommst du einfach gerade so drüber und die haben wir noch nicht gemacht so zack einmal hier nach links und dann einmal nach ne ne einfach geradeaus weiter genau oder hier kriegt man ganz schön viel speed was ich nicht haben will ja oha ich hab's geschafft ich hab's geschafft bitte bleib stehen danke nein ich bin kurz ein dings vor dem gelandet das ist doch echt zum heulen wow und einmal hüpfen hier und zack und bam bam wo muss ich hin wir fahren wir fahren hier einfach runter und fahren let's go ab hier rein das hat sogar funktioniert wow ich fahr jetzt wirklich einfach hier durchs Wald durch den Wald oha das war ein geiler Trick das nicht ich weiß absolut nicht wo ich jetzt bin aber egal Leute wenn euch dieses Video gefallen hat lasst doch gerne mal ein Liken Abo und Kommentar da schaut außerdem auf meinen Discord Server vorbei der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt ähm aktiviert die Glocke damit ihr kein Video mehr verpasst ähm ja würde mich freuen wenn ihr auch ein Like da lasst ähm und einen Kommentar habt einen traumhaften Tag haut rein Leute euer Sandow ciao 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 zu Bis zum nächsten Mal.